Oh shit Oh shit Oh was ist denn da los jetzt? Oh shit War's das schon? Ich glaub das wars Holy smokes Wieso ist da ein Auto im Schiff? Äh Flugzeug, äh Helikopter Nooo fuck da Hat er mich gehabt Alter Wie durchgeknallt Die Schei... Ich kann runterfallen Nooo Ich dachte vorhin ich hätt's schon gehabt Alter Ich fahre einfach selber runter Warte ich möchte sehen wie die abrammt Komm hier bin ich Komm Wut, wut, wut Hohohoho Nee Shit Das wird nichts Das wird nichts Junge die Schuhe sind scheisse Für diese Mission Oder für dieses Level Nee Strafen einfach weg Hört sich eigentlich an Wie ein... Wie ein Zug Ja nice Ist ja gut Dass sie sich selbst auch zerstören Aber ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runter falle Okay Erstes Level geschafft Oder erste Welle Alter Hat er einen wie eine Waffe eigentlich Ja Moinsen Alter Ja genau Komm schon Komm Verpiss dich Ja 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 Okay Welle 1 ist einfach Welle 1 haben wir bisher dreimal schon geschafft Oder so Ab Level 2 Ab Level 2 Wille 2 Ist fucking schwierig Den scheiss Bomben Die er dort abwirft Ah ok Ich sehe das rote Licht Fucking hell Ja Ja Komm Ja Komm Oh shit Oh shit Die anderen kommen Fucking hell Ist das schwierig Alte Ja macht mal Komm Räum ihn weg Ich muss aufpassen Fuuuck Fuuuck Jops habe ich jetzt schon Fuuuck gesagt Fuuuck counter bitte Warte Ich brauche ein Bierchen Das ist echt hart Go Copter Fuuuck Naaaah Fuuuck 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 BAS D Fuuuck Z Fuuuck Warte Okay. Phase 1 wieder mal bestanden. Jetzt Achtung. Jetzt aufpassen auf die rote Fläche. Aber wie wirst du denn jetzt angreifen? Wie soll man denn bitte jetzt angreifen? Ich glaube, das Geheimnis ist einfach, tausendmal im Kreis zu rennen. Hauptsache, der DJ ist noch hier. Finde ich gut. Fuck. Unmachbar, Alter. Unmachbar. Okay, das war es leider schon mit dem DJ. Hey, ein Schlag von dem scheiß Typen, der hier so schön sein Ass tworkt. Okay. Dann. Okay. Das war's für heute. 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 Ein Kreislaufen ist eine gute Strategie. Wenn ich das so mal sagen kann. Das war's für heute. Das war's für heute. Alright. Phase 2 wieder. Was für ein Schlachtfest hier oben einfach. Aber die Musik ist immer noch nice. Muss ich's leider sagen. Und der DJ raved hier noch ab. Dann bin ich's. Ich bin's. Und ich bin's. No, fast am, am, am Dach gefallen wieder. Okay, Phase 2 weg, Phase 2 weg. Gut, gut. War's das? Bitte sagen, dass... Das war's noch nicht. Fuck, man. Das war's noch nicht. Really? Oh, shit. Fucking hell. Oh, fuck. Alter. Gnadenstoss? Oh. Was ist noch selbst runtergefallen? Alter, das wär's jetzt gewesen. Thanks for playing the demo, Wishlist, all Steam. Wait, kauft da was? Fuck this shit, I'm out. Yes. I'm out. Angry Food. Nicest game, nice demo. Ich werd mir das bestimmt kaufen. Fucking gut. Aber... Das letzte Level hier. Alter Schwede, das hat's in sich. Wie gesagt, Wishlist, das on Steam. Wirklich geiles Game. Habt ihr ja gesehen. Level 11 clear. Die 30 times. 30 mal bin ich gestorben. Okay. Crazy shit. Okay, das wäre jetzt, glaub ich, das gleiche Level nochmal. Holy smokes. Ich würd sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis uns beim nächsten Mal wieder. Bei einem weiteren Spiel, weiteren Demo. Oder eben bei Angry Food, dem Full Game. Richtig nice game. Geile Mucke. Geile Action. Nice gefällt mir. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Oder besser gesagt, mit dem Fuss voran. Bye bye.